Hallo, Heike. Hallo, Gisela. Wie geht's? Danke, prima. Und dir? Gut. Sehr gut. Setz dich doch. Danke. Möchtest du einen Kaffee? Nein, danke. Ich bleibe ja nicht lange. Du siehst aber gut aus, Gisela. Ja, ich mache eine Diät und ich wiege nur noch 65 Kilo. Du, das sieht man. Wie machst du denn das? Na, das ist ganz einfach. Ich esse keine Milchprodukte mehr, vor allem keinen Käse. Und ich esse keinen Reis und keine Spaghetti. Dafür esse ich einen Kopfsalat pro Tag und viel Gemüse. Du, das mache ich jetzt auch. Ach, deshalb trinkst du auch keinen Kaffee. Ja, ich trinke nur noch einen Kaffee pro Tag und ohne Zucker. Aha. Du kennst doch meinen Bruder Holger, oder? Der ist auch nur noch die Hälfte. Er macht das für seinen Job. Er ist ja Schauspieler. Ja, ich sehe ihn ja immer im Fernsehen. Übrigens, ich sehe dich doch morgen, oder? Du kommst doch auch mit ins Kino. Ja, sicher. Mein Mann holt die Kinder ab. Was macht denn deine Tochter? Ist die immer noch ohne ihren Mann? Der ist doch in China, oder? Ja, und sie liebt ihn ja so sehr. Und er ist immer weg. Ja, ich weiß nicht. Ja, du kommst doch mal. Mann, du kommst doch mal. Untertitelung des ZDF, 2020